Moin, jetzt zeige ich euch mal hier ein bisschen Ausrüstung von dem Titan und zwar alles natürlich von Haus der Wölfe und dieses Mal zeige ich mal diesen Helm und zwar ewiger Krieger. Hier die Stats bzw. das was er kann. Kehrschatten, erhöhte Superenergie, sobald Lakaien der Dunkelheit ausgeschaltet werden. Dann hier natürlich Infusion, stell dieses Mal Gesundheit wieder her, wenn du eine Lichtsphäre aufhebst und das hier ist natürlich das Hauptgimmick, fügt unaufhaltsam zur Chaosforst hinzu. Das muss man natürlich dann gleich mal eben direkt einstellen. Also es bringt halt nichts, wenn ihr Verteidiger macht, sondern ihr müsst auf Angriff, das sehe ich auch gleich. Hier oben wie gesagt 42 Licht, 69 Intellekt und 58 Disziplin. Der Helm erinnert mich ganz stark irgendwie an die Römerzeit, sieht aber irgendwie cool aus, hat was. Kann auch eine Totenmaske sein, weiß es nicht. Aber schon ein netter Helm, mal was anderes. So wie gesagt, ihr müsst hier auf Stürmer gehen, nicht auf Verteidiger, weil das bringt halt nichts. So und das ist jetzt. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Da, da ist noch eine Fallzum, das ist dann automatisch mit drin, da könnt ihr was anderes nehmen, zum Beispiel Schulterangriff oder halt Juggernaut. Das müsst ihr dann entscheiden. Das ist auf jeden Fall mit dem Helm inbegriffen, das müsst ihr dann nicht anklicken. Aber ich hab's trotzdem an, weil ich den Helm gleich wieder wechseln werde. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr Helmdröhne habt, dann das hier wegmachen und dann könnt ihr eins von den beiden ausruhen. Nur natürlich, wenn der Helm komplett gelevelt ist. Ja, das war der Helm, der wollte ich nicht zeigen. Dann müssen wir zuschauen und zuhören.